Herzlich willkommen zu Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier auf www.trotto.de und www.hufold.de. Ja, ich stehe hier vor der Trabrennbahn in Östersund, wo heute der Jemtland Storapries 2021 entschieden wird. Und ich bin schon sehr gespannt, wer dieses Gruppe-2-Rennen hier heute gewinnen wird. Und ihr seid natürlich heute alle exklusiv mit dabei. Wir wollen heute reingehen auf die Rennbahn, euch noch ein paar exklusive Informationen rund um den Jemtland Storapries und die V75 natürlich bieten, die ihr auf www.trotto.de natürlich auch in unserer Tipp-Gemeinschaft gemeinsam mit anderen Usern spielen könnt. Also, seid dabei, kommt mit, folgt mir auf einen tollen Samstag Nachmittag hier in Östersund aus Jemtland. Und ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall alle mit dabei seid bei Jörns Swedish Racing World. Das Wetter heute, man sieht, der Himmel klart langsam auf, es sind 15 Grad, ein leichter Wind, also optimale Rennbedingungen. Und wir freuen uns auf einen spannenden und spektakulären Nachmittag rund um den Jemtlands Storapries 2021. Hier natürlich auf www.hoofworld.de und www.trotto.de bei Jörns Swedish Racing World. Also, bleibt dran, schaut regelmäßig rein und ich hoffe noch, euch einige Informationen bieten zu können. Bis dann!